Okay, los geht's. Die ersten Spiele, die ich euch zeigen möchte, sind eine Zeitungspapier-Staffel oder ein Zeitungspapier-Wettrennen und das Wäschelein-Spiel mit Zeitung. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein ganz normales Blatt Zeitung. Und ihr sollt zu Hause ausprobieren, ob ihr es schafft, mit dem Papier, natürlich je nach Größe des Kindes, entweder ganz oder halb so groß, über den Bauch zu legen und so schnell wie möglich von A nach W zu laufen, ohne dass die Zeitung herunterfällt. Dabei kann man natürlich auch versuchen, einen kleinen Laufparcours aufzubauen mit einer Kehre, über etwas drüber springen und so weiter. Das ist die erste Idee. Die zweite ist, ihr benutzt Wäscheklammern und euer Zeitungspapier und lauft zu eurer Wäscheleine. Die kann gebaut werden aus zum Beispiel einem Springseil, einer tatsächlichen Wäscheleine oder einem Stück Schnur, das ihr von einer Stange zu einer weiteren befestigt oder von einem Haken zu einer Türklinke oder einem Türknauf von einem Schrank zu einem Stuhl zum Beispiel. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr sollt also so schnell wie möglich versuchen, diese Zeitung aufzunehmen. Und wer es zum Beispiel einem Schnetz schafft, alle Zeitungspapiere einer Zeitung aufzuhängen, hat gewonnen. So können zum Beispiel Kinder gegen Eltern antreten oder Geschwister. Das zweite, was ich euch zeigen möchte und dafür nehme ich euch mit, sind verschiedene Balancieraufgaben, die man auch zu Hause sehr leicht nachbauen kann. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nach draußen zu gehen, könnt ihr das natürlich auch auf einem Bordstein machen, auf einer Mauer oder auf einem Baumstamm. Zu Hause kann man sowas zum Beispiel nachbauen, indem man auf dem Boden ein Springseil aneinander legt, mehrere zum Beispiel oder ein Stück Schnur. Oder wie hier zum Beispiel ein Band von einem Bademantel. Also es sind ganz viele Möglichkeiten, wie man ganz einfache Dinge nachbauen kann. Als Grundaufgaben bietet es sich an, einfach erstmal zu balancieren, ohne den Boden zu berühren. Vorwärts, rückwärts oder man kann zum Beispiel auch von einem auf das andere Bein springen oder man kann das mit Vierteldrehungen oder Halbendrehungen machen. Das Ganze natürlich geht auch mit Standwaage oder zum Beispiel sich versuchen, auf einem Bein zu halten, ohne umzufallen. Dabei kann man zum Beispiel auch versuchen, jemandem den Ball zuzuwerfen und der muss den Ball fangen, ohne runterzufallen. Wenn man das Ganze auf ein nächstes Level heben möchte, kann man sich verschiedene Löffel zu gelten nehmen. Zum Beispiel Fliegenklatsche, Esslöffel, Teelöffel oder Fliegenklatsche. Ihr braucht verschiedene Sortenbälle, Tischtennisball, Golfball, Igelball, Tennisball, Schlagball, Blackball. Es geht alles, was ihr zu Hause habt. Ich wähle den Esslöffel aus und den Golfball. Ich begebe mich also auf meinen Balanzierprokur, egal ob er zum Beispiel aus einem Springseil besteht oder wie in meinem Fall natürlich aus einer Bank oder einer Portsteil zum Beispiel. Ich versuche es zu balancieren, ohne dass der Ball von meinem Löffel herunterfällt. Ich habe mir vorher schon verschiedene Toilettenpapierrollen an die Seite gelegt und jetzt kann ich Blumen pflanzen. Dieses Spiel kennen die Kinder aus der Kiesa. Wir versuchen unseren Ball in den Blumentopf einzuspflanzen, ohne von unserem Balanzierstecker herunterzufallen. Das zum Thema Balancieren. Ich nehme euch mit zu den nächsten Übungen. Und zwar seht ihr hier einen kleinen Parcours aus Bällen, Trinkbechern, Kuscheltieren und einem Einkaufskorb. Auch da könnt ihr natürlich alles das nehmen, was ihr schon zu Hause habt. Verschiedene Sockenwelle sollen mir dabei helfen, auch von einer bestimmten Markierung aus beim Dosenwerfen erfolgreich zu sein. Ich habe es geschafft, fast alle Dosen herunterzuwerfen, also kann ich es zur nächsten Übungen gehen. Hierbei werde ich alle meine Kuscheltiere, die ich finden kann, zu Hause oder vielleicht auch kleine Kissen versuchen, in den Einkaufskorb bereit zu werden. Ich habe zwar nicht alle Dosen-Tiere reinwerfen können, aber ich hoffe, ihr habt ein paar Kuscheltiere. Eine gute Idee bekommen von Übungen und Aufgaben, die man zu Hause machen kann. Wenn ihr nicht ausgelastet seid, folgen auch noch weitere Staffelspiele, die ihr im nächsten Video anschauen könnt. Viel Spaß!